Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video gibt es ein Update zu 5 Aktien von der 10x Watchlist. Wir werden uns im heutigen Video mal 5 Aktien anschauen, die jetzt in den letzten Tagen Earnings hatten. Wir werden uns heute Microsoft Meta anschauen. Damit beginnen wir auch gleich vor allen Dingen mit Microsoft. Danach schauen wir noch auf Alphabet, auf AMD und auf Coinbase. Und heute im News Video werden wir dann noch Apple und Amazon unter die Lupe nehmen, die ja heute nachbörslich Zahlen melden werden. Wir beginnen mit Microsoft und da sehen wir zwei Dinge. Wir sehen seit gestern große Volatilität und wir sehen die Aktie jetzt auch wieder an den aktuellen Verlaufstiefs dran. Und vor allen Dingen auch sehen wir sie unter der 200-Tage-Linie. Und da müssen wir jetzt ganz genau hinschauen, weil man muss sagen, das Chartbild ist nicht unkritisch bei Microsoft, aber auch wichtige Support-Levels sind vorhanden, auf die wir jetzt gleich eingehen werden. Was sehen wir hier in der aktuellen Newslage? Und zwar ist das hier schon die Überschrift, die das Ganze wirklich sehr, sehr gut zusammenfasst von DPA. Und zwar Aktien im Fokus. Microsoft und Meta belasten aktuell den Nasdaq-Zahlen sind hier kein Treiber mehr. Und zwar sehen wir hier den Portfolio-Manager Thomas Altmann mit einer Aussage. Und zwar sagt er hier, dass eben diese durchaus, man muss sagen, gerade bei Microsoft auch überragenden Zahlen, gerade die Earnings sind auch nochmal im Vergleich zum Vorquartal stark gestiegen und haben um 6,5% nach oben überrascht. Also hier auch gerade schon mal so ein bisschen über Bande gespielt. Wenn sich diese schlechte Stimmung im Tech-Sektor legt, dann haben wir es nach wie vor mit Magnificent Sevens zu tun, die Magnificent abliefern, was die Zahlen angeht. Aber die natürlich jetzt auch gerade im Rahmen des Bullen-Markts stark gestiegen sind. Und da braucht der Markt eben auch vor allen Dingen gute Stimmung, um die Kurse weiter nach oben zu treiben. Und da sehen wir aktuell eher das Gegenteil. Weil wir sehen derzeit De-Risking jetzt auch unmittelbar vor den US-Wahlen. Darüber, wenn wir heute Abend auch im News-Video sprechen, habe ich einige Grafiken dazu dabei. Zurück jetzt hier zur Analyse von Microsoft. Microsoft war unter anderem von den Analysten ein generell solides Zahlenwerk hier. Die Rede auch gemessen an den hohen Standards. Aber eben übergeordnet reicht es dem Markt jetzt derzeit eben nicht, um hier weiter zuzugreifen, um die Kurse kurzfristig nach oben zu treiben. So übergeordnet war auch immer wieder die Rede davon, naja, ihr investiert so massiv viel in künstliche Intelligenz. Aber es kommt noch nicht so wirklich viel rüber. Also der Markt verfällt auch immer wieder so ein bisschen dahingehend, dass er das kurzfristige Bild hier sehen möchte. Und ich bleibe hier ganz klar auf meinem Standpunkt. Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist. Ich glaube, dass man hier gerade gut daran täte, eben übergeordnet das mittel- bis langfristige Bild und das langfristige Potenzial hier bei KI zu sehen. Und vor allen Dingen eben auch gerade bei diesen Hyperscalers das langfristige Potenzial zu sehen. Weil das ist eine gigantische Infrastruktur, die sich hier eben aufgebaut wird. Und sowas ist eben gerade in der Frühphase mit starken Investitionen verbunden, die man eben dann später teils massiv, meiner Meinung nach, und das ist meine Überzeugung, monetarisieren können wird. Was nichts daran ändert und das ist wichtig, wer hier kurzfristig den Markt handelt, muss auf dem Schirm haben, dass derzeit vor allen Dingen Tech aus den Depots rausgeräumt wird. Da haben wir auch zuletzt darüber gesprochen, dass unter allen Sektoren, jetzt gerade nochmal in der letzten Handelswoche, wo De-Risking durchaus stärker vorgenommen wurde, gerade Tech aus den Depots rausgespült wurde. Wir haben gestern nochmal auch darüber gesprochen, dass Tech aktuell sogar unterpositioniert und untergewichtet ist, bei den Hedgefunds sogar teils stark. Und das ist meiner Meinung nach als Chance mittelfristig zu sehen. Aber gerade kurzfristig ist es natürlich auch ein potenzieller Nährboden, der hier noch ein bisschen stärker draufdrücken kann. Und vor allen Dingen, wenn gerade die Max7, gerade diese so brutal marktschweren Aktien weiter unter Druck geraten sollten, ist das natürlich auch der Nährboden, wo der Markt mal so richtig nach unten wegrutschen kann. Wir erinnern uns hier gerade auch an den August, wo dann auch gerade so eine Nvidia eben massiv mal nach unten durchgereicht wurde. Und weil diese Aktien eben so eine extrem hohe Marktkapitalisierung haben, wiegt das dann auch sehr, sehr schwer auf dem S&P und eben gerade auch auf dem Nasdaq. Und das muss man auf dem Schirm haben. Das kann kurzfristig nochmal ein bisschen schmerzhaft werden. Jetzt sind aber auch gerade die wichtigen Termine wirklich unmittelbar vor uns. Die Earnings haben wir jetzt dann hinter uns. Jetzt kommen noch die US-Wahl und die Fettsetzung. Und dann muss man sagen, ist der Markt relativ durch mit den ganz, ganz kritischen Themen. Jetzt gerade aber eben im Umfeld dieser wichtigen Themen muss man durchaus Volatilität auf dem Schirm haben. Und das darf einen dann eben auch oder sollte einen eben auch nicht abschrecken, dann doch bei diesen überragenden Aktien auch. Gerade wenn sie dann möglicherweise sogar so ein bisschen über die Maße abgestraft werden, eben auch wieder auf die Suche zu gehen nach Chancen. Und ich habe es uns hier gerade auch nochmal eingeblendet. Die Earnings an sich bei Microsoft jetzt hier eben gerade, die waren wirklich, muss man auch ganz klar dazu sagen, Blitzsauber. Und dennoch habe ich mich heute mal entschieden, bei Microsoft so ein bisschen mit euch ins große Bild reinzuschauen. Und natürlich werden jetzt hier die ersten Stimmen laut, die sagen, ja warte mal ab, das geht hier so richtig in die Hose. Eine der marktschwersten Aktien baut hier oben eine gigantische Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Nicht nur stehen wir hier vor einer gewissen Korrektur, sondern das Ganze ist vorbei und wir werden hier in einen massiven Rücklauf reinlaufen. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, gerade bei solchen potenziellen Schulter-Kopf-Schulter-Formationen, gerade in dem übergeordneten Aufwärtstrend, bin ich sehr, sehr vorsichtig, das zu früh zu callen. Vor allen Dingen, was ich auch ganz klar dazu sage, und deswegen habe ich die Chart-Technik heute auch mal ziemlich bereinigt aufs Wesentliche. Man muss ganz klar dazu sagen, wir haben einmal eine Microsoft über 400 US-Dollar und wir haben für mich einmal eine Microsoft unter 360 US-Dollar. Alles andere ist Neues in meinen Augen. Solange wir diese Zone hier irgendwo halten können mittelfristig, falls es nochmal etwas mehr Downside gibt, ergibt sich meiner Meinung nach aus aktueller Sicht nur eine noch bessere Nachkaufgelegenheit. Solange wir diese Zone in irgendeiner Art und Weise halten können, bleibe ich bei meinem Kursziel für Microsoft im Bereich zwischen 490 und 520 US-Dollar. Ich sage aber auch ganz klar dazu, und das ist auch völlig offensichtlich, falls sie uns fallen sollte unter die 400 Dollar, beziehungsweise vor allen Dingen auch hier unter die 380, dann ist wirklich höchste Eisenbahn, dann muss man ganz genau hinschauen. Dann bekommen wir sie aber auch stark überverkauft und das muss man dann eben wirklich sich ganz genau anschauen. Und diese Liquiditätszone, dieser Backtest von diesem Hoch im Juli 2023, der hier zum Support wurde und dann eben die neuen Allzeithochs freigeschalten hat, das muss bei Microsoft halten und das muss im absoluten Zweifelsfall auch am Gesamtmarkt halten. Und das würde dann Microsoft aus aktueller Sicht hier noch in etwa Downside-Potenzial geben, so von circa 10%. Wir haben sie aktuell im Tageschart bei 38 im RSI, das ist hier fast schon so ein bisschen langsamer bei sich ja im überverkauften Bereich, würde dem Markt aber die Chance geben, die noch ein bisschen nach unten zu drücken. Falls das aber brechen sollte, dann muss man wirklich damit rechnen, dass der Markt eben in eine große Korrektur geht, dann aber auch in eine Korrektur, die uns übergeordnet dann eben letzten Endes 2022 ähnliche Kaufkurse ermöglichen sollte, gerade auch eben relativ zum gesamten Chartverlauf. Ich bleibe dabei, Microsoft ist jetzt hier vor allen Dingen mit dem gestrigen Abverkauf, wir sind jetzt vom Tageshoch, was sie uns gestern geholt hat, zum aktuellen Zeitpunkt bereits 9% unter Druck, unterschätzt sowas nicht. Das muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Wir haben aber auch hier ganz lokale Supportzonen bei Microsoft, die jetzt hier wirklich unmittelbar angelaufen sind. Das ist einmal hier das Tief vom 7. Oktober und das ist einmal knapp drunter das Tief vom 9. September. Das sind die 406 und 400 US-Dollar. Unter 400 Dollar wird das das erste Mal hier so richtig rutschig für Microsoft auch wieder. Dann sehen wir nämlich keinen Support bis in diese Zone, dann sehen wir keinen Support bis in den Bereich um die 385. Und unter 385 gehen wir in diese absolute Make-or-Break-Zone rein. Was hier Widerstand war und hier zum Support wurde. Widerstand im Juli 23, Support im November 23. Das muss, 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 das kann man nicht deutlich genug sagen, halten. Denn ansonsten sehen wir keinen Support drunter bis in den Bereich von 340, potenziell sogar 311. 311 und dann hätten wir aber bei Microsoft auch eine Korrektur vom Top gesehen insgesamt um 35%. Nur mal zum Vergleich, der 2022er Bärenmarkt hat die Aktie 38% nach unten gerückt. Also dann sehen wir was Handfestes und ich muss aber sagen, das ist jetzt aktuell nicht mein Primär-Szenario. Mein Alternativ-Szenario, wenn man so möchte, ist, dass diese Zone hier bereits halten kann, dass diese Supports hier bereits halten können. Aber ich sage auch ganz klar dazu, wenn wir schon Schulter-Kopf-Schulter-Formation spielen wollen, dann haben wir doch hier auch eine durchaus interessante Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und wenn wir das uns mal anschauen, vom Kopf an die Necklein und an die Breakdown-Stelle ansetzen, dann hat diese SKS hier genau den Bereich, den ich gerade angesprochen habe, als Ziel. Und da muss ich dazu sagen, das wäre für mich eine handfeste Überraschung, falls diese obere Struktur hier brechen sollte. Ganz ausschließen kann man es nicht, aber ich sorge auch dazu, umso tiefer uns die Microsoft-Aktie jetzt hier noch in dem Bereich entgegenkommt, unter 405 und vor allen Dingen unter 400, dann triggern hier meine ersten Limit-Orders. Hier würde ich die Position dann ausbauen und das muss man auch deutlich sagen, falls die 365 brechen sollten. Da ist so eine Microsoft, das hier unten, das ist dann letzten Endes ein Geschenk. Wenn auch nicht, muss ich auch dazu sagen, Primär-Szenario, Microsoft wandert bei mir jetzt hier sehr weit nach oben auf die Watchlist und gerade Kurse unter 400 bis zu 385, 375 finde ich extrem spannend. Wir kommen zu Meta und auch hier gab es gerade auf der Earnings-Seite bockstarke Zahlen gestern. Das muss man auch mal ganz klar hervorheben, Meta hat mit 15% nach oben überrascht, was das Earnings-Per-Share angeht, hat 6 Dollar gemeldet, erwartet wurden 5,20 und auf der Umsatzseite war man in etwa im Rahmen der Erwartungen leicht drüber um 1% und konnte 40 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz melden. Man hat jetzt hier, ich sag fast eine Sau durchs Dorf gejagt, die man eigentlich schon kennt, das ist hier dieses, naja, wird das überhaupt was mit dem Metaverse, ist das hier überhaupt interessant, also so ein bisschen diese Mutmaßung zieht man hier raus, ob Meta hier überhaupt auf der richtigen Fährte ist, was vor allen Dingen auch die technische Ausrichtung für die Zukunft angeht. Aber da muss man sich fragen, das fällt euch nach so einem Bullrun hier sehr, sehr früh auf. Also wir wissen, was Meta ist, wir wissen, dass Meta eine absolut trendstarke Aktie ist, wir wissen, dass man bei Meta immer diese starken Investitionen in den Bereich des Metaverse rauspacken kann, um so ein bisschen drauf zu hauen, das ist überhaupt nichts Neues. Und deswegen ist es für mich eine Aktie, die in erster Linie technisch unglaublich spannend ist. Wir sehen sie jetzt im Bereich der 560, das Tief, was wir gesehen hatten jetzt im Rahmen der Earnings, das waren genau diese 555 US-Dollar, da sind wir auch im letzten Big Tech Update mal darauf eingegangen, dass wenn die dippt, dass sie dann hier die 50-Tage-Linie hat, dass sie hier diesen Aufwärtstrend hat, genau diese Zone, die testen wir jetzt gerade an, dass sie hier oben genau auf den Millimeter das Top von unserer Zielzone erreicht hatte, von den 609 US-Dollar, das ist ja auch noch ein netter Nebeneffekt, warum man hier durchaus mit Gewinnmitnahmen rechnen musste, warum das hier überhaupt kein Schock sein darf, dass hier ein bisschen jetzt Gewinne mitgenommen werden bei Meta aktuell. Das Volumen ist relativ hoch, das Volumen erinnert uns an die letzten Earnings, die Preis-Action erinnert uns bitte aber auch an die letzten Earnings, da haben wir nämlich auch eine Zone abgeholt. Wir damals, diese Range am Top haben ein bisschen kapituliert, sind ein bisschen auf den Trend gefallen, nur um dann letzten Endes aber auch wieder eine relativ freundliche Reaktion zu sehen bei Meta, wobei man ganz klar dazu sagen muss, dieser aktuelle Aufwärtstrend, das ist so ein bisschen unser Behelfstrend, die dürfte im Extremfall auch den flacheren Aufwärtstrend testen. Die großen letzten Kaufgelegenheiten oder der große letzte Kaufzeitpunkt, das war hier dieses August-Tief, das war ja der Backtest des großen Aufwärtstrends, das war ja die 200-Tage-Linie hier, das war diese Geschichte, dieser große Aufwärtstrend zusammen mit der 200-Tage-Linie. Naja, und das schauen wir uns jetzt hier eben an, wenn das hier jetzt nicht halten sollte für Meta, wenn uns die runterkommt, vor allen Dingen hier die 555 US-Dollar, das Tief der gestrigen Earnings nochmal brechen sollte, naja, dann kommt sie halt runter und holt sich hier den Aufwärtstrend ab und zeigt uns hier die 200-Tage-Linie. Ich schaue sie mir gerade ganz genau an in erster Linie, weil das hier oben so ein bisschen eine neue Range ist, die sie baut. Ob das hier sowas wird wie hier, dass wir jetzt zwischen den 567 und 555 und 609 eine Weile seitwärts gehen, um dann boolisch auszubrechen oder ob sie eben nochmal zurück möchte und im Endeffekt sich ja dann, wenn wir uns mal erinnern, darüber hatten wir gesprochen, auch im Big Tech Update, diese Geschichte war das nämlich, das war diese Range letzten Endes und dann hier dieser Partial Decline, der uns dann auch den Breakout gezeigt hat, aufs neue hoch. Naja, im Zweifelsfall wäre das nichts anderes als nochmal ein Backtest von diesem Support als Support, um gleichzeitig natürlich die aufsteigende Trendsituation und die aufsteigende 200-Tage-Linie-Situation nochmal zu nutzen und sich gegebenenfalls die 500 US-Dollar abzuholen. Erste Tranche kann man sich gegebenenfalls anschauen, hier im Bereich um die 555 US-Dollar. Eine weitere Tranche müsste dann aber definitiv noch drin sein im Bereich um die 500 US-Dollar. Hier das Handtuch werfen, wenn sie dann nochmal 10% verliert, wäre meines Erachtens nach Quatsch, weil sich das eigentliche Make-or-Break-Support-Level eben hier unten befindet und demnach müsst ihr hier vorgehen mit eurem Chance-Risiko-Verhältnis und auch vor allen Dingen mit eurer Anlagestrategie. Was ihr hier vorhabt, ob ihr jetzt hier oben schon sagt, boah, das reicht mir eigentlich schon, hier so ein erster Pullback um 7, 8% wollt die Aktie eh schon immer im Depot haben, jetzt legen wir hier mal was rein oder ob ihr sagt, nee, komm, weil das ist mir jetzt hier ein bisschen unsicher, vielleicht wird hier echt noch richtig draufgeklopft im Tech-Bereich. Ich warte jetzt hier mal ab, ob sie von aktuellen Niveaus nochmal so 10% abkocht und dann die 500 US-Dollar, die würde ich mir dann aber im Endeffekt schmecken lassen. Was man aber auch ganz klar dazu sagen muss und das ist hier so deutlich, wie es nur irgendwie sein kann, Meta hat seit dem Tief im Oktober 2022 diesen Trend hier verteidigt, das brauchen wir nicht drüber reden, der muss halten. Ansonsten gibt es hier so eine 450er-Geschichte, US-Dollar dann der Backtest potenziell der 200-Tage-Lehme und dann natürlich, wenn wir vor was Großem stehen zur Downside, dann ist so eine Meta auch mal gefährdet, um solche alten Tops nochmal zu testen und dann wird man sogar so einen 350 bis 380 US-Dollar-Bereich ansprechen, aber auch hier ganz klar nicht aktuell mein Primär-Szenario. Spannend finde ich, mal hier so ein paar Preis-Alarme zu setzen in dem Bereich um die 555 bis 560, aber auch in dem Bereich unter den 550, weil man eben nicht geschockt sein darf, wenn Meta hier unten nochmal dippen will in Richtung der 200-Tage-Linie. Wir kommen zu Alphabet und hier gab es die Earnings ja schon Dienstag nachbörslich und da hatte ich mich auch klar bullish dazu geäußert, vor allen Dingen eben im Rahmen von unserem Inverse Head & Shoulder Setup, hier gab es auch eine ganz, ganz starke Übertreffung der Erwartungen und zwar ein Plus von 15% beim Earnings per Share, das zeigt uns alles zwei Dinge, dass die Erwartungen relativ niedrig waren, aber das hier auch nach wie vor auf hohem Niveau performt wird. Es wurden gemeldet 2,12 Dollar, hier schauen wir mal gerade in die letzten Earnings rein, da wurden gemeldet 1,89 Dollar bei einer Erwartung von 1,84,7 und jetzt aktuell war die Erwartung bei 1,84,4, sprich die Analysten hatten ihre Erwartungen in etwa konstant gelassen zu den letzten Earnings im Juli, aber bitteschön, man konnte hier das EPS von 1,90 auf 2,12 Dollar steigern und das innerhalb von einem Quartal, das sind nach wie vor hoch profitable Unternehmen, das sind absolute Gelddruckmaschinen und man sieht hier aber auch halt einfach so ein bisschen einen Unterschied, wir haben uns zuletzt bei Alphabet darüber geäußert, dass hier dieser Backtest stattgefunden hatte, der 150 bis 155 US-Dollar Zone, dass die deutlichst von der Klippe gestürzt, weil die hatte eben auch schon ihre 25% Korrektur und hier war eben gerade technisch auch Platz und dann siehst du halt, dass der Markt bei so einer Aktie durchaus auch mal positiv drauf reagiert. Wir hatten eine Meta, die war gerade absolut am Top angekommen, gut, aber bei der Microsoft hätte man argumentieren können, naja, wieso ist der Markt dann dort nicht gestiegen, das muss man auch ganz klar dazu sagen, dort hat der Markt jetzt einfach auch so ein bisschen aus dem Sentiment und aus der Unsicherheit heraus drauf gedrückt, aber der Meta war klar am Widerstand und der Alphabet war halt auch hier gerade vom Setup sehr, sehr bullisch und dann zieht der Markt dann einfach auch mal durch und bricht aus. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass das Ziel dieses Anstiegs dann erstmal hier im Bereich zwischen 180 und 187 US-Dollar liegen dürfte. Das Hoch war genau bei 182 US-Dollar und jetzt dippt sie aber auch ordentlich von hier. Sprich, wenn man möchte, kann man sagen, gut, der Markt hat jetzt hier diese SKS ausgespielt, aber jetzt kommt auch hier so ein bisschen die Tech-Schwäche rein und die Zone, die wir uns bei Alphabet bitte ganz genau anschauen. Das Setup hat sich ja perfekt ausgespielt. Das ist jetzt hier dieser Bereich. Immer wenn ihr eine SKS habt, dann schaut euch nach dem Breakout auch den Backtest an. Das ist der erste Teil der Geschichte und der zweite Teil der Geschichte, der eigentlich oftmals ja auch nochmal interessantere Teil, wäre dann eben hier dieser Backtest, denn wenn der gelingt, hast du nochmal eine Nachkaufgelegenheit in aller Regel. Man kann auch hier folgendes machen, man kann auch hier zwischen dem Kopf und der rechten Schulter sich gewissermaßen so einen Aufwärtstrend einzeichnen. Ich mache das ganz gern so ein bisschen als Behelfsaufwärtstrend, so ein bisschen auch als Indikator. Wenn man dann hier noch ein bisschen Preis-Action bekommt, wie es jetzt hier bei Alphabet der Fall ist, dann hat man durchaus eine ganz interessante Zone und dann kann man hierher gehen und sich das Ganze eben im Rahmen eines Backtests anschauen und bekommt hier so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo so eine Aktie dann letzten Endes hier auch hier tief finden sollte. Wenn du ein bisschen nach oben raus-dippen darfst oder raus-wicken darfst aus der Nackenlinie, dann darf man auch immer bei der Korrektur so ein bisschen gerade beim Backtest so ein bisschen drunter schauen. Das heißt, das hier wäre absolut in Ordnung. Man muss aber auch dazu sagen, eine Alphabet wollen wir jetzt aus bullischer Sicht eher nicht mehr sehen unter den 165 US-Dollar. Das wäre ein Level, was wir bei Alphabet eben nicht mehr gebrochen sehen wollen. Drüber sehr, sehr gerne. Über 169 ist sie ohnehin bullisch, wenn dieser Backtest jetzt gelingen sollte. Vor allen Dingen über 169 drunter. Dann machen wir uns einen Preissalarm rein. Da gibt es spätestens dann auch ein Update und dann können wir uns hier mal die 167 bis 165 anschauen. Und alles, was jetzt hier letzten Endes diesen Aufwärtstrend verteidigen kann und dann auch wieder hier durchziehen kann, hat das Ziel 190 US-Dollar kurz bis mittelfristig. Und meine übergeordnete Zielzone für Alphabet bleibt natürlich auch hier oben zwischen 205 und 220 US-Dollar. Allzeithochs, also sehr, sehr schön ausgespielt. Alphabet, wunderschönes Setup, wunderschöne Inverse Head & Shoulder. Wir schauen uns mal genau nochmal die 1 zu 1 Projektion an, wo wir hier nochmal das Ziel sehen. Das ist ein bisschen höher, aber das ist dann eben gerne auch das nächste Leg-Up im Sinne jetzt von dem Pullback, der aktuell stattfindet, um da nochmal durchzuziehen. Weil 1 zu 1 Projektion wäre sogar eher im Bereich um die 190 US-Dollar. Und wenn euch das heutige Video bis zu dem Zeitpunkt Mehrwert bietet, ihr kennt das Spiel. Einen Daumen nach oben sehr, sehr gerne, um den Algorithmus zu pushen. Und auch gerne natürlich einen Kommentar, welche der Aktien im heutigen Video sind für euch aktuell. Nachkauf oder eben überhaupt Kaufgelegenheiten. AMD schauen wir uns an im aktuellen Chartverlauf. Hier gab es auch Dienstag nachbörslich die Zahlen. Und anders als jetzt bei den Max 7s hat AMD gerade mal so im Rahmen abgeliefert, sage ich mal. Im Rahmen vom Umsatz konnte man noch um 1,5% nach oben überraschen. Aber im Rahmen der Earnings gab es sogar eine minimale Enttäuschung um 0,3%. Und allgemein so bei den Semis wird derzeit auch wieder so ein bisschen Druck eben ausgeübt. Wir haben ja auch gerade das Dilemma um Supermicrocomputer. Das wird übrigens jetzt eine Aktie sein, die wir nahezu täglich so ein bisschen verfolgen werden. Weil das ist hier auch gerade ein absoluter Krimi. Ich lese auch immer häufiger Wirecard jetzt bereits in den Kommentaren. Und da bin ich selber eben extrem gespannt, ob das wirklich ein Drama wird oder ob das dann letzten Endes doch noch ein Happy End nehmen wird. Die Story rund um Supermicro. Aber das ist jetzt natürlich nicht Thema dieser Analyse. Thema dieser Analyse ist AMD. Und da haben wir zuletzt darüber gesprochen, dass wir hier auf diese 165 US-Dollar bitte achten. Das ist das Top aus 21. Da brauchen wir Schlusskurse drüber. Und vor allen Dingen auch über der 200-Tage-Linie. Und man muss sagen, das ist hier durchaus jetzt so ein kleiner Schweinemove. Aber man kann ihn technisch sehr, sehr schön erklären. Wir hatten über dieses Falling Wedge gesprochen zuletzt. Und im Rahmen eines Falling Wedge, wenn du dann aus dem Abwärtstrend des Wedge, das ist hier dieser Abwärtstrend, der Fette ausbrichst, dann in der Regel die erste Distanz im Wedge ansetzen an die Breakout-Stelle. Schau dich mal an, was das hier für eine absolute Punktlandung war. Mit dem Wig nachbörslich, mit den Zahlen haben wir genau das technische Ziel dieses Falling Wedges abgeholt. Aber ich muss sagen, jetzt stürzt uns die ganz schön von der Klippe. Damit ist dieses Wedge jetzt auch abgefrühstückt. Und damit nehmen wir es natürlich jetzt auch raus und schauen uns hier vor allen Dingen die aktuelle Preis-Action an bei AMD. Und das sind hier auch so ein bisschen diese 146 bis 142 US-Dollar. Das war hier auf der linken Seite schon mal Support, das Level. Und da sind wir jetzt wieder drauf und dran. Drunter muss man sagen, folgen aber auch empfindliche Abverkäufe. Mindestens mal runter auf die 133. Das wäre aus aktueller Sicht dann auch der Backtest des Aufwärtstrends. Aber ein bisschen tiefer hatten wir eben auch entsprechend dieses August-Tief. Sollte das nochmal hier angesteuert werden, dann haben wir aber auch einen gewissen Trendbruch bei AMD. Und dann ist das Ganze als wirklich kritisch zu sehen, weil das der gleiche Aufwärtstrend ist. Über den haben wir schon häufig gesprochen. Das ist dieser seit Ende 22 Aufwärtstrend, den wir auch irgendwo im Nasdaq haben. Und da ist AMD halt doch auch eine wichtige Aktie. Und da möchte ich, dass dieser Trend besser intakt bleibt. Auch die 133 US-Dollar darf man hier auf gar keinen Fall unterschätzen. Das war nämlich hier dieser wichtige Widerstand im Jahr 23. Wurde dann hier 24 im Januar zum Support und hat dann eben auch diesen Melt-Up getriggert. Und war dann auch hier im September genau nochmal das Tief. Ein Backtest von diesem Level wäre zu dulden. Aber drunter unter 133 ist so eine AMD dann wirklich kritisch. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass wenn sie jetzt noch diese, auch hier so in etwa 10 bis 11 Prozent abwickeln sollte zur Downside, dass wir sie dann, das ist der Tages-RSI, dass wir sie dann auch im Tages-RSI wieder überverkauft bekommen. Und das war sowohl im April, aber auch im August hier der Kaufzeitpunkt für die Aktien. Überverkaufter Tages-RSI, wenn man sich das hier gerade nochmal anschaut, das waren hier diese Bereiche einmal im August, aber dann eben hier auch letzten Endes im April, wo die Aktie überverkauft im Tages-Chart durchaus eine interessante Kaufgelegenheit war. Und hier auch eben zusammen mit dem Aufwärtstrend ist das dann definitiv was. Das ist hier dann diese Zone, die ich mir ganz genau anschauen werde bei AMD. Man muss dann auch ein bisschen streng sein bei einer AMD. Dieses Level, diese 133 mit einem Dip drunter, das muss dann auch wirklich halten, weil du halt eben dagegen halten kannst. Naja, wir haben hier halt nur fallende Hochs im Chart. Also ein weiteres Mal diesen Aufwärtstrend backtesten und wirklich kaufen und dann beherzt aus diesem Abwärtstrend ausbrechen, weil derzeit haben wir jetzt nichts weiter im Chart als hier zwei hässliche, muss man sagen, Fakeouts und dann aber hier tief, wenn es eng wird, wirklich ausbrechen und einen klaren Impuls setzen. Definitiv gerne, definitiv, wenn sie hier überverkauft am Support ankommt. Aber so richtig übereilig jetzt hier reinzugreifen, um unbedingt meine Position hier auszubauen und aufzustocken, koste es, was es wolle, bin ich nicht. Meine ersten Preissalame bei AMD, die klingeln hier unten ganz entspannt, so im Bereich unter 137, 135, da schaue ich da mal hin. Und wenn der Markt mir dann anzeigt, dass er es hier kauft in dem Bereich, dann läuft uns jetzt erstmal auch nichts davon, weil wir dann hier auch nochmal mit so ein bisschen Reaktion rechnen müssen. Und so ein Breakout der Apex von dem Aufwärtstrend und dem Abwärtstrend, das sehen wir dann bei einer AMD erst so gegen Dezember. Insofern stelle ich mich hier durchaus auch nochmal auf ein paar Wochen Volatilität ein. Bei Coinbase schauen wir auch die aktuelle Preis-Action an. Die Aktie hatten wir ohnehin erst kürzlich im Video. Da sind wir auf eine Widerstandszone eingegangen, die jetzt auch perfekt als Widerstand gehalten hat. Jetzt ist auch der Trend gebrochen bei Coinbase, über den wir zuletzt gesprochen haben. Und jetzt sind wir hier eben auf dem Weg zu dieser kleinen Harmonic, die ich angesprochen hatte. Coinbase hatte gestern nachbörslich Zahlen, eben zusammen mit Microsoft und Meta. Und da muss man sagen, gab es eine Enttäuschung. Da gab es eine deutliche Enttäuschung. Und zwar wurden geschätzt 44 Cent pro Share Earnings. Und wir haben bekommen 28 Cent. Das ist ein Minus von 37 Prozent. Das ist eine Hausnummer. Und auch auf der Umsatzseite hat Coinbase leider etwas zur Downside überrascht. Mit nur gemeldeten 1,2 Milliarden US-Dollar. Quartalsumsatz gerechnet wurde mit 1,26 Milliarden. Wir haben zuletzt hier über unsere Zielzone gesprochen. Nur, dass wir uns das nochmal hier genau anschauen. Was das für eine Zone ist. Das ist runter vom C ans D von dieser Harmonic. Eben der Bereich der Golden Pocket. Der Bereich zwischen dem 38er und dem 61er FIP. Wir haben gesagt, hier oben die 2,25, die müssen wir als ganz, ganz wichtigen Widerstand beobachten. Und hier haben wir jetzt eben ein kleines Doppeltop bekommen bei Coinbase im Chart. Es reagiert jetzt auch sehr, sehr schön. Wir hatten den Trendbruch mit den Earnings. Wir rutschen dann direkt auch unter die 200-Tage-Linie. Und hier gab es dann heute mit der letzten 8 Stunden Kerze den Backtest. Und direkt weiter Abfahrt zur Downside im Rahmen von so einem Harmonic Setup. Weil nichts anderes ist das jetzt. Das ist ein kleines Dragon Setup. Das ist hier ein Aufwärtstrend. Dann der erste Rücksetzer. Und dann sehen wir einen Doppeltop. Der Bruch der Nackenlinie ist der Trigger für Abverkäufe. Sehen wir sehr, sehr schön. Dann ist immer der ganz, ganz wichtige Punkt zwischen dem B und dem 61er Fibonacci, dieser kleinen Struktur. Und das ist jetzt hier genau die Zone, die angelaufen ist. Deswegen habe ich hier unten einmal eine Zielzone eingezeichnet. Aber hier oben auch schon meine provisorischen, horizontalen Support-Markierungen. Weil ich hier ganz klar jetzt auf zwei Bereiche achte. Einmal die 187 bis 185. Die 187 sind auch ein wichtiges, Verzeihung, horizontales Level. Schauen wir uns gleich noch an. Da müssen wir ein bisschen weiter rauszoomen. Das war hier das klare Top im Dezember 23. Kann hier zum Support werden. Muss nicht zum Support werden, aber kann zum Support werden. Zusammen mit dem 61er Fibonacci seit dem Tief am 11. Oktober. Wo wir hier eben diese lokale Harmonic Struktur begonnen haben. Also das ist jetzt hier der erste Support-Bereich. Wenn das brechen sollte, vor allen Dingen ist hier auch die 50-Tage-Linie. Dann schauen wir ganz genau hin. Und dieses kleine Bad-Pattern, X zum A zum B zum C zum D, was begonnen hat am 11. Oktober, wäre dann hier erstmal abgeschlossen im Bereich um die 168 bis 175. Hier würde Coinbase auch den Aufwärtstrend finden seit dem Tief im September. Und dann muss man sagen, wäre es durchaus auch eine schöne Struktur. Ich sage aber auch, dass man dann hier ein bisschen aufpassen muss. Weil wenn sie da unten ankommt bei den 168 bis 175, dann ist eine erste Rallye durchaus vorprogrammiert. Die Frage ist, glaubt er sie oder nicht, wenn wir hier nochmal einen Backtest bekommen, dann muss das bei einem potenziellen Backtest auf jeden Fall halten. So richtig interessant ist sie dann hier aus erster Linie nur, wenn sie wieder über die 187 ausbrechen kann. Wir hatten schon mal so eine Bewegung. Die erste Rallye glaubt er nicht an die 187. Das war hier. Danach hat es nochmal als Support gehalten. So was brauchen wir wieder. Und dann müssen wir eben hier aus den 187 und vor allen Dingen mittelfristig wieder aus den 205 ausbrechen. Also Coinbase bekommt jetzt hier gerade so ein bisschen Gegenwind, auch technischen Gegenwind. Und hier auch so ein bisschen technische Probleme. Habt eure Preissalarme und beobachtet die Aktie ganz genau im Bereich um die 185 bis 187. Wenn ihr sie unter 185 seht oder 182, vor allen Dingen auch hier ist die 50-Tage-Linie, dann kriegen wir sie auch wieder im Video. Ich habe gerade einen Preissalarme gesetzt für ein Update natürlich und auch im Discord für die Mitglieder. Dann schauen wir uns hier unten den Bereich an. Das ist dann hier der Bereich um die 174 bis 172. Dann ist hier diese kleine Harmonic abgeschlossen. Dann rechnen wir mit einer Reflex-Rallye. Danach bin ich sehr gespannt, wie der Markt auf diese potenzielle Reflex-Rallye reagiert. Und was man eben hier nur mal, damit es abgerundet und abgeschlossen ist, sich genau anschauen muss, ist halt auch noch einfach folgendes. Wenn wir hier die große Harmonic auf dem Schirm haben, das ist dieser Bereich gewesen. Das war hier unten genau das 88er Fibonacci. Die erste Rallye glaubt er nicht, kommt nochmal zurück. Dann würden wir sie hier unten im Bereich um die 150 erst wiederfinden. Und das ist dann vor allen Dingen mit den 144 der Beginn der Zielzone aus dieser Rallye. Da muss man dann eben ein bisschen vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wenn sie hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend brechen sollte. Aber das dürfte dann auch verbunden sein mit nochmal etwas empfindlicheren Abverkäufen beim Bitcoin. Wobei man dazu sagen muss, dass Coinbase nicht parallel läuft zum Bitcoin, sondern sich jetzt hier gerade eher ein bisschen abgekoppelt hat. Gerade hier auch so ein bisschen feststeckt jetzt auch im Rahmen dieser kleinen Oktober-Rallye. Und jetzt hier eben durchaus ein wenig stärker dippt. Deswegen sind wir hier auch so ein bisschen vorbereitet, dass gerade wenn dann wirklich technische Strukturbrüche nochmal reinkommen, vor allen Dingen hier der Bruch unter die 170, falls das passieren sollte, dass das dann nochmal ein kritisches Signal wäre. Wobei man auch sagen muss, und das ist auch ein ähnlich wichtiges Level, diese 160 sind schon auch verdammt wichtiger Support. Dieser Bereich ist sehr, sehr spannend für Coinbase. Und in erster Linie achten wir jetzt aber hier mal bereits auf die 187 bis 182. Und drunter vor allen Dingen auf diesen Aufwärtstrend und auf das 88er Fib zwischen 173 und 178.